Oh, der Putz bräint, ey. Oh, der Putz bräint, ey. Ich hab noch mal eine Idee, das könnte mir echt noch mal helfen, ob das hier gesprungen ist. Okay, ich hab's mal lieb. Oh, es tut mir echt leid, dass ich euch damit jetzt nerven muss hier. Aber ich hab mir das auch anders vorgestellt, weil im Winter hatte ich das mit den Socken auch nicht. Das versteh ich halt auch nicht. Deswegen hab ich mir da heute auch gar keine Gedanken gemacht zu, dass das jetzt hier irgendwie für mich negativ ausgehen könnte. Aufgrund der Sockenwahl. Ach, da sind wir wieder. Ach, da sind wir wieder. Altes Lied. Ich bastel jetzt noch mal um. Das heißt, für die Leute, die wieder keinen Fuß sehen wollen, guckt die da woanders hin. Und dann hier da hinten. Das ist nämlich das Akku-Pack raus. So, und dann nehme ich mir ein paar Stücher. Ich weiß nicht, warum ich da nicht sofort drauf bekomme. Ich hab die vorhin, beim letzten Stopp sogar, hab ich zuerst auch gesagt. So, hier haben wir das Stand-Rand. Ich muss auch sagen, ich hab echt Hunger. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hab zwei Mahlzeiten dabei. So. Ich hab die Haut jetzt mal weggemacht hier. Ich vermute, dadurch, dass das farsig ist, dass das genauso wehtun wird. Ich hab die Haut. Ich hab die Haut. Ich hab die Haut. Ach, das gibt's doch nicht. Bin ich blöd, oder was? Aber das Taschentuch klebt nicht. Das klebt nicht da drauf. Sondern dann deckt das nur ab und ist ja auch dick. die Welt ist gespannt. Wird es diesmal reichen? Oder wird diese Folge vom Schmerz geprägt? Bleib dran. Ja, warte es. In wenigen Bluten. Warte ich nur noch um Stunden an. So. Ach, hier sieht's noch ein bisschen schlecht aus. Jetzt. Bitte hinhalten. Ah. Komm. Komm. rein. Aha. Mhm. Aha. Kann man ja trotzdem nochmal einen drüber machen. Oh, scheiße, ey. Leute. Jetzt ist hier nicht mehr so drückend. Geht? Bastelstunde machen wir heute. Eine kleine Bastelstunde. Ach. Nur eine kleine. Oh Gott. So. Ach. Das gibt's nicht. Oh Gott. 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 Komm! Ne, ne? Ne, ne? Ah, 70. Leute! Gut. Nimm alles zurück! Haha! Haha! So. Das fühlt sich jetzt deutlich besser an. Hoffentlich. Ich will es nicht verschreien. Aber so ist das Fremdungsformat! Wenn es euch nicht passt, könnte er vorspulen. Oder zurückspulen. Und im doppelter Gehirnzell gucken. Gehe da wieder mal ab. So. Das sollte jetzt gehen. Für die nächste Stunde. Dann ist ja auch feiern. Ach, okay. Ich treibe mich jetzt mit den Fänen vorne in die Schuhe fest. Jetzt sehe ich irgendwas hin. Das ist wahrscheinlich einfach mal die Potspots. Die Potspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspots Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020